Guten Tag, liebe Männer, ich bin Natalia Pasterchowa, Partner für meine Natalia. Heute in der Corona-Krise habe ich immer wieder Fragen, wie geht es weiter. Es gibt so viele Paare, die sich vor einem Monat kennengelernt haben, die vor drei Monaten Kontakt mit uns aufgenommen haben und dann Briefe, zwei Monate geschrieben und dann vor einem Monat waren sie tatsächlich in Kiew und dann haben sie ihre Liebe gefunden und die sind super happy und glücklich und dann gibt es sowas wie heute. Dann haben sie mich immer wieder angerufen, Frauen rufen an, Männer rufen an und sagen, was gibt es denn jetzt Neues, wie geht es weiter und sowas. Inzwischen, besonders die ersten zwei Wochen, habe ich immer wieder neue Telefonate geführt und inzwischen ist es schon still. Ich glaube, jeder hat schon seinen eigenen Weg gefunden, wie es weitergeht und es sieht so aus, wollte ich kurz erzählen Ihnen. Es gibt so eine Geschichte bei mir, einen ganz tollen Mann, eine ganz tolle Frau, die haben sich gefunden und die sind sowas von verliebt und vor einem Monat schickt mir den Mann eine Liste und die heißt Datingliste für 2020. Er hat das erste Mal die Frau vor einem Monat getroffen und die waren sowas von happy. Die waren schon vor dem Treffen happy und wie ich da Ihnen immer wieder erzählt habe, bei uns ist das Treffen die Krönung. Eigentlich die Menschen haben sich schon gefunden in dieser Phase vor dem ersten Date, vor dem ersten Treffen und dann fliegt man schon zu ihrer Liebe, zu seiner Liebe und dann ist man happy und eigentlich die Erwartungen bestätigen sich immer und man ist glücklich. Ja, und dann kommt er zurück und schickt mir diese Liste. Sagt Natalia, schauen Sie, wie weit schau du, wir dutzen meistens mit den Kunden, seitdem sie dann das erste Treffen hinter sich haben. Und dann schau du, wie glücklich bin ich und das ist die Liste unserer Dates für 2020. Und was sehe ich, jedes Wochenende war verplant. Ein Wochenende er zu ihr, ein Wochenende sie zu ihm, ein Wochenende Geburtstag von ihr bei ihm in der Schweiz, Geburtstag von ihm bei ihr und hin und her und hin und her. Im August waren sie zwei Wochen Urlaub, machen sie gemeinsam und irgendwie im September steht happy für immer. Im September sollte sie zu ihm umziehen. Und was ist jetzt? Auch das zweite Paar ist bei mir so, die sollte zu ihm kommen, der ist glücklich und sie ist glücklich. Der hat alles wunderbar vorbereitet und hundertmal mich gefragt, ist es lieber so, ist es gut, wenn wir zum Beispiel zusammen Urlaub machen, wenn sie kommt oder sollen wir zu Hause bei mir besser bleiben. Alles haben wir so schön besprochen und geplant, wie ist es am besten und wie ist es am schönsten für die beiden. Und alles war vorbereitet und perfekt sollte alles ablaufen. Und jetzt ist alles anders, als man geplant hat. Ja, was kann ich denn sagen? Es läuft so. Die Menschen, die rufen mich an, die fragen mich, dann habe ich nur gesagt, ja, da kann ich ihnen natürlich nicht viel sagen. Wir gucken jetzt, wie es sich entwickelt. Ja, genau so weiß ich wenig wie sie. Aber wir hoffen natürlich, dass im Sommer geht es wieder los und man kann natürlich im Sommer dann sich treffen. Aber was machen diese Paare? Was machen diese Paare? Die schreiben und die telefonieren und die unterhalten sich so oft und so viel, dass ich glaube, die merken von der Krise nicht mehr viel. Die können sich zwar nicht treffen, aber sie sind so was von glücklich, dass sie sich haben, das können sie sich nicht vorstellen. Auch die Männer, die vor zwei Monaten erst gestartet haben oder jetzt starten, die bedanken sich bei mir, Natalia, danke, dass ich Sie bei Ihnen kennengelernt habe. Wir telefonieren täglich, schreiben täglich und danke, dass ich diese Person jetzt habe. Weil diese Zeit, wo ich zu Hause sitze und da am Abend gar nicht mehr ausgehe, Bier trinken oder sowas, ich habe die jetzt, die Frau. Wissen Sie, wenn man in dieser Krise an der Beziehung arbeitet, an einer Person arbeitet, dann bekommt diese Beziehung ganz anderen Wert. Und ich glaube, wir bei dieser Welt schon, wir hatten diese Möglichkeit, gar nicht diese Beziehung wirklich einzuschätzen, eine Beziehung mit einer Person richtig einzuschätzen. Was für einen Wert hat das? Wir reden ständig und wir müssen hunderte Sachen erledigen am Tag und der Tag ist angefangen, schon ist der Abend. Und man hat nur, man arbeitet nur an der Zahl, an der Zahl und Quantität und wir vergessen eigentlich, was die Qualität bedeutet. Eigentlich ist das, was ich immer mache, die persönliche Begleitung und die exklusive Begleitung. Die Begleitung einer Person, tata-tata, ist mir wirklich, war immer am liebsten, als diese alle Partys und Online-Datings. Was für ein Schreck ist das eigentlich? Das können wir machen. Das haben wir auch gesagt, wir machen diese Partys, aber eigentlich ist das alles oberflächig und sie fliegen dazu 80 Frauen und sie haben dann nicht so richtig verstanden, was da los war und wer wozu ist das gekommen, wer sich getroffen hat. Und jetzt, diese Zeit, diese Krise hat uns eigentlich gebracht, tatsächlich an einer Person, an einer Beziehung zu arbeiten, an dieser Qualität nachzudenken. Und da muss ich auch einiges nachdenken. Und ja, wissen Sie, diese Beziehungen, die jetzt sich entwickeln und jetzt entstehen, die ich beobachte, das sind die Paare, die stöhnen nicht, die stöhnen nicht, die sind so füreinander da und die kümmern sich so sehr umeinander. Und ich glaube, die Paare, die jetzt diese Krise hinter sich haben, die werden ewig halten, die werden, da wird diese Paare nichts mehr kaputt haben. Und in keine Hindernisse der Welt werden die Paare auseinandernehmen. Ich kenne die Menschen und ich bin mir ganz sicher, die meistern das alles super. Ich habe auch nur diesen Paaren gesagt, die sagen, ja, wissen Sie, sie sind nicht alleine, die das alles mitmachen. Es gibt ganz viele bei mir auch, die ich beobachte, die jetzt im Moment nicht miteinander geblieben sind, aber die kriegen das wirklich wunderbar hin. Und das wird alles gut. Und wie ich gesagt habe, sie werden Leute zusammen bis Ewigkeit des Lebens und die werden immer wieder daran denken, wie haben sie dieses Hindernis überstanden. Die Frau, die hat mich angerufen, die sagt, ich habe schon gedacht, warum müssen wir das tun, wo wir endlich uns gefunden haben, wo wir das so schön geplant haben, warum muss das mit uns passieren? Ja, da überlegen Sie, warum denn? Warum denn? Vielleicht, um Ihre Beziehung zu testen, um auf Probe zu setzen. Und wenn die Beziehung das übersteht, dann übersteht Ihre Beziehung alles Mögliche im Leben. Und wie ich gesagt habe, da wird nichts kaputt gehen. Und ich glaube, jetzt entstehen die schönsten, die coolsten, die wertvollsten Beziehungen überhaupt. Ich wünsche Ihnen ganz viel Liebe, ganz viel Treue und alles super Gute und das Beste in diesem Leben und Ihren Traum zu finden und mit diesen Frauen viel, viel Glück und Liebe erleben. Vielen Dank für Ihre Likes, vielen Dank für Ihre Kommentare. Bleiben Sie dabei, abonnieren Sie unseren Kanal und neue Themen, neue Fragen sehr gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss.